Hallihallo Löhle! Hier zurück zu einer weiteren Folge von Sacred. In der letzten Folge ist unser Wilbel wieder mal gestorben. Wie schon so oft. Kennen wir ja. Jetzt müssen wir runter Lintwumpas und dann runter zur Oase. Aber erstmal Lintwumpas. Irgendwann ein bisschen über Porto Wallon wieder hin. Mal ein paar Störenfriede hier beseitigen. Oh ja. Klein, aber oho. In Rollenspielen spiele ich gerne den Zwerg. Als Nahkämpfer am besten mit einer Achse und Schild. Oder mit einem Bogen. Als Fernkämpfer. Obwohl besser wäre da für ihn eine Flinte. Schrotflinte oder was. Gewehr. Das wäre auch nicht schlecht. Und jetzt soll alles sein. Mann, sammeln doch ein Idiot. Nicht nur ohne. Tischen. Naja. Geht feiern. Mutter, 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 Mutter. Oh, nun habe ich auch wieder 4. Gut. Kombo-Meister. Macht mir eine neue Ruhme. So. Steinhardt. Licht. Ruf der Ahnen. Und Rundumschlag. ь. Das ist ja schon. Jetzt haben wir 120% ... 110%. Ohhhh. when. Immerhin. Verkaufen. Brauchen wir alles nicht. Ich wollte sie mal behalten. vielleicht für später ach was verkaufen wir jetzt bis ich da bin bis ich sie eventuell tragen könnte 106 angst 36 angst 42 106 ich habe 93 erst nicht viel besser machen wir ruhig Tschüss. Jedes bisschen hilft. Rüstung 22. Nö, nö. Tränke hat ja keiner mehr. Nein, weiter. Hä, mach doch. Ein paar XP mitnehmen. Billige Armschienen. Ist mir zu billig. Mit der Vanillen. 1,50. Okay. Das schwarze Säubern. Nö, nö. Mal ein bisschen aufdecken wieder hier. Das schwarze Säubern. Nö. 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 Die Wege sind schon ein bisschen lang, immer, wo man zu Fuß gehen muss. Ich weiß gar nicht, wie stark die Muskete ist. Ich weiß gar nicht, wie stark die Muskete ist. Schulterpanzer des Knechtes. Oh, seit wir haben einen weiter Weg. Wir haben fast Level Up. Fehlt nicht mehr viel. Lass ich nix liegen. Hat nicht gereicht. Okay, machen wir gleich in der Wüste. Ich dürfte nicht mehr viel fehlen. Ja, die Laufwege gehören irgendwie dazu. Ein Helltrank wird gesehen. Ein Helltrank. Da, 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 da. Ja, ich greife mich auch wieder an. Versuch mal. Ah, Level Up. 41. Komm, fall um. Du Brückenwächter, du. Du Brückenwächter, du. Hm. Schöne, schöne viele Sachen. Kanonenschuss. Wow. Oh. Oh. Gürtel hab ich ja erst. Schutterpanzer. 89. 43. Ach, deswegen. Ja, okay. Nö. Ah, ich bin grauen Bad. Na komm, wechseln wir mal. 28. Ach, guck' keiner an. Immer noch schlechter. Hm. Nee, 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 nee. Ach so. Level Up. 4 Punkte. Nö. Lassen wir mal erst noch. Äh, Handel, genau, Handel. Da wird auch Stärke wie immer. Lauf, Laufmanns Werk. Lauf und ein Leben. Und noch viel, viel weiter. Wir werden wohl in der Folge noch ganz unten alles fertig machen können. Ich mach' mal von aus. Ist ja nicht so viel an der Oase ganz unten. Ihr kennt das schon. Das war ein schwacher Haltank, hab ich gesehen. Kaum was gebracht. So gut wie gar nix. Mal, da wieder ein schwacher Haltank. Zwischendurch. Mal, da gehen viele Trinke drauf. Das gibt's ja gar nicht. Mal, da schießen aber auch hier 18.000. Mann, nee. 49. Ach du Scheiße, nee. Da muss ich leveln. Da muss ich leveln. Was bringt so nix. 47. Ne, kann ich abhauen. Was bringt hier nix. Ne. Da muss ich eine Level Session einlegen. Wir sind ein bisschen zu hoch. 44, 45. Okay, geht doch noch. Aber 49. Acht Level höher als ich. Das ist schon heftig. Mann. Blöde Skelett. Okay, ich wollte eigentlich nach Portugal mal ein bisschen. Bisschen weit. Und würde ich sagen, mach ich die Gruppe hier noch platt. Was? Ich bin auch schon 46. Ja, ist auch weg. Okay, starker Haltank, sehr schön. Und Haltank. Wie sagen wir jetzt hier ist Schluss. Ich werde dann wohl ein bisschen leveln müssen. Mal sehen, wann wir uns in den nächsten Folgen sehen. Bis dahin, tschö mit Ö. Tschö. Tschö.